Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Binding of Isaac Reapentons. Heute gehen wir rein mit, äh, mit, mit Apollyon. Wollen wir heute Apollyon und wir gehen, äh, wir gehen still nicht rein und suchen uns, suchen uns nichts und gehen zu Isaac. So, natürlich. Wortfindungsstörung, klar. Warum auch nicht? Wir haben schon mal einen Soul Hut, ausgezeichnet. Das war, das war knapp. Oh, Lil Haunt nehmen wir mit. Geld nehmen wir natürlich auch mit. Schlüssel. Jawohl. Au. Warum spawnst du denn da? Das Schöne ist, wir können uns Zeit lassen. Wir brauchen kein, wir haben kein Osrash und wir haben kein, das andere. Wow. Also, Lil Haunt ist einfach schneller als ich. Der braucht ja gar nicht hier irgendwie, ne? Sehr gut. Schön angreifen. Mr. Haunty. Hauntowino. Nein. Das möchte ich nicht mithaben. Was kann das eigentlich? Was? Ach so. Oh. Äh, oh. Ich dachte immer, das wäre was anderes. Aber gut, jetzt, äh, weiß ich, äh, mehr. Sehr gut. Sehr gut. Kaum halber Preis. Vielleicht kommt nur irgendein Space by Items, wo ich sage, oh yeah, baby. Yeah. Mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier lang und gehen schnell zur güldenen Kiste. Sprengen die Steune weg. Machen den und kriegen eine Bomb wieder. Und zwei Cent. Aber wir haben Schlüssel, egal. Und zwei Castell. So. Davido do da. Nee, er ist weiter Goldraum. Komm schon, mach ihn fertig. Ich könnte ein bisschen, ein bisschen, ja, ich glaube, oder, ich weiß es nicht. Was ist das? Schau mal, 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 schau mal. Nein. Komm, gib mal was Gutes, komm schon, Demon. Oh nein. Oh. Oh. Wieso renne ich da denn direkt rein? Was ist denn verkehrt mit mir? Das, das, ja. Nehmen wir mit? Was sagt ihr? Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Da, da, da. Da, 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 da. Bitte einmal hier rüber, danke. Dann, au. Da, 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 da. Komm schon. Ja. Easy. Okay. Damage ist damage, ne? Ha. Justiz hier. Meine Perle. Nö. Obwohl, doch. Oh, doch. Oh, doch. Oh, bitte. Das reicht nicht, oder? Yes. Oh, vielleicht kriegen wir The Lost. Vielleicht, sagte ich. Ich hoffe, das war auch richtig, ne? Wir brauchen dieses, ähm, dieses Trinket für und das nicht. Aber wir brauchen ein Trinket. Und dann müssen wir versuchen, äh, zu sterben. Das klingt einfach. Ach, nicht du. Oh, nee. Ich maue ihn nicht. Also, Fruity Plum. Und, ich bin ein bisschen enttäuscht. Au. Das kann wehtun. Nein, das tat weh. Das ist... Was passiert denn hier? Nein. Uh. Uh, das war ja gar nicht knapp. Ja. So. Können sie jetzt mal aufhören? Ja. Oh. Das reicht mir vollkommen. Damit bin ich zufrieden. Was bist du? Hagerlas. Aha. Oh, da hätte ich noch. Naja. Oh. Purse of Darkness. Also, also, ich weiß auch nicht. Also, so doof, ja. Oh. Neh. Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Ein Circle noch So und Sehr, sehr gut Einfach nein Ich nehme aber die Moon-Karte mit Erstmal mache ich den hier Ah, das war's Nö Okay Dann gehen wir hier Eine Bombe habe ich Das würde heißen Wenn ich einen Tinted Rock finde Kann ich den auch noch sprengen Okay Okay Gut, ich habe alles soweit gefunden, was ich finden kann, könnte oder so. Da ist es. Dying in a sacrifice room while holding the trinkets. Okay, okay, Leute, Leute. Elf Minuten, kriegen wir etwa schon... Oh. En sacrifice room. Wo bist du? Äh, ist hier einer? Nee. Och, warum denn du? Nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. So, wir müssen sacrifice room finden. Ausgezeichnet. Das ging schnell. Ich bin überrascht. Ich hätte echt gedacht, das dauert länger. Bitte gehen Sie. Bitte... Halt, stopp. Piu. Geh weg. Was haben wir denn hier? Müll. Ausgezeichnet. Okay. Sacrifice room. Wir haben dich noch nicht gefunden. Hm-hmm. Hm-hmm. Na, 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 na. Na, na. Also. Hey. Hey. Ah, gut. Wo bist du? Mein sacrifice room. Okay, okay. Okay, okay, okay. Wo? Ja. Okay, okay. Gut. Oh. Gut. Nein. Oh, da war ich kurz unaufmerksam. Ja. 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 Komm schon. Gut. Jetzt gehst du auf den, bitte. Du musst da auch treffen, tatsächlich. Das ist, äh, der Trick. Ja, komm, dann geh da hin. Ja. 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 Du, 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 du. Hallo? Was kann das? Luck based TFX, okay. Aber hab ich nicht. Also. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier auf gar keinen Fall sein. Leck mich doch am am Zükeli Boah, sind das nervige Räume, ne? Okay, vielleicht liegt das auch an meinem nicht vorhandenen Schaden dass die so nervig für mich sind Oh Gott Oh Gott Oh Gott Einfach weggesprängt Goldraum? Nein, immer noch nicht Ich möchte ihnen den Mittelfinger zeigen Ja, ja Irgendwo hier muss doch gleich ein Sacrifice Room sein Erzähl mir doch nichts Okay Äh, nein Das ist nicht richtig Du bist ja dumm, ey Ey Dicker Komm Los Gut Nächster Gut Tschüss Noch nicht Ah Komm schon Mach doch ihm was Gutes Okay Okay Wir haben Okay Wir gehen in den Shop Jawollo Nehmen Present mit Oder Mystery Gift Mystery Gift Eine Schaufel Hey Dies ist gut Kommen wir hier Rein da Rein in den Oh Geile Nummer Sag ich mal Alles andere Linie Haben Ne Das ist gut Damit können wir die Räume schneller clearen Und vielleicht ist auf dieser Ebene Oh Okay Äh Was war da? Wow Ich hab mich kurz erschrocken Wir haben ja soweit das Objekt der Begierde Was war hier? Nichts Okay 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 Ah ja Jo Ich hab wisst jetzt doch Mann ey Gibt es jemand Neues? Nein Okay Hallo Ähm Irgendjemand vielleicht noch so ein Sacrifice Room Uh Machen wir nicht den? Sehr gut Okay Uh Schneller Okay Oh Sag mal Sag mal Was haben wir hier? Nein Ja Oh komm schon Nein Was ist denn los mit dem Spiel? Sag mal Ey Wie schwach kann man sein? Sag mal Ja 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 Ich bin Ich bin das hat sich gar nicht gelohnt merke ich gerade das war dumm naja wir sind nicht weit genug komm schon, plummy boy oder girl und was auch immer mir egal warte mal hab ich schon hier? ja ne? ja ok 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 haha konzentration konzentration ich will the lost ich will the lost was wird denn das hier für, also das ist doch jetzt wirklich all ich ne ne so das ist ein äh champion gegner der ist ja ein bisschen stärker wow da hab ich im richtigen moment okay lass mich mhm 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 mh kein... Okay, ein Raum ist nur da. Vielleicht ist da ein Sacrifice-Room? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ich hoffe. Komm schon. Oh nein, nicht so... Nee, nein. Näh, näh. Okay. Okay. Ja, okay. Das war ja einfach. Oh, vorsichtig. Okay. Komm her. Ha! Du bist so dumm. Au. Au. Es ist echt bitter. Cust of the Blind. Ja, das ist gar nicht... Das... Oh nein, das ist ja doof. Nö, das nehme ich jetzt mit. Das ist jetzt meins. Entschuldigung, das war ja richtig gut. Ehop, Laser. Ehop, Laser. Allrighty. Ehe, Mist, die Ecke. Eck, 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 eck. Ah! 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 Der Run könnte activated sein. Oh yeah, baby. That's my jam. Aber ich brauche immer noch einen Sacrifice-Hooloom. Jetzt mach mich nicht schwach. Hier muss doch irgendwo einer sein. Das macht mich traurig. Oh. Mensch. Okay. Oh. Okay. Okay. Um, um, um. Ich hab nicht gesehen, wo der hinflog. Das war gemein. Das war voll untoggo. Komm, spring mal genau hier hin. Danke. Au. Leute. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ist es jetzt schon ein bisschen gemein. Ja. Okay. Eine Bibsen. Wow, nice. Wow, nice. Wow, nice. Ich glaub, ich nehm das mal mit. Ist besser. So. Schwing. 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 So. Weiter geht's. Sehr gut. Immer nichts. Oh, nice. Das ist ein Jog, oder? Ihr seht das auch, ja? Gegner. Okay. Glück gehabt. Wir können mal eben hier so den, den. So. So. Weiter. Okay. Entschuldigung für die Störung. Aber wieso kriegen wir keinen, ähm, Sacrifice-Hum? Wir. Alle weg? Ne. Da kommt ihr irgendwo. Da. Hallo. 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 Können sie auch von mich zu ignorieren? Danke. Danke. Hey, Was. was Hmm. 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 Äh, ja, 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 ja. Er ist so ein Soulhark, wo? Oh. Okay. Cool. Danke. Aber ich bleib bei den Büchlein. Ihhh. Ihhh. Hat Lulu gemacht. Oh. Ey. Ich hab gar keine Bomben mehr. Okay. Ähhh. Nö, komm. Mutter! Es geht, Mutti. Alles goji bei dir? Oh. Dankeschön. Zu freundlich. Ich kann fliegen. Nö, 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 nö. Wir müssen zu Isaac und immer noch hoffen, dass wir ein Sacrifice Room bekommen. Hier, vielleicht? Ja. Oh, spannend. Der braucht man, glaube ich, nicht lange drüber überlegen, oder? Da. 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 Das war's für heute. Ein Sacrifice-Room? Komm schon, Digi. Komm schon. Was bist du? Okay. Oh Mann. Ich will doch nur The Lost haben. Oh Mann. Warum denn fliegende Gegner? Ja, was auch immer. Ey, ich will die... Zieh mich dran. Scheiße. Au. Ein Fünfer. Na supi. Oh. Was ist denn dies? Ist dies etwa? Oh, Baby. Jetzt. Jetzt. Komm. The lost. Mach mich. Komm schon. Geilig. Nice. Speed down. Nicht so nice. Oh, wir haben the lost. Da ba do ba do ba. Nee, freu ich mir. Äh, freu ich mich. Freu ich mir. Sag das nur einmal. Dann kriegst du Kopfnuss. Ich hab den verlorenen Sohn. Uh, 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 uh. So, wer als nächstes? Du. Und dann du. Ich hab sie lost. All righty, sie lost. So, jetzt kann ja auch gar nichts mehr schief gehen, ne? Das ist ja das Schöne. Sag dir ja. Und lost all sein life, Alter. So. So. Wir gehen rein in den Aal. Ja, mein Ding. Die weg. So. Au. Bist du deppert? Ist richtig, ja? Ja. Gut. Gut. Ich hab the lost. Gut. Dann ist das so. Renn nicht weg. Ehh, yo. Hallo. Hey, guys. Okay. Wo? Komm. Nice. Okay, wegen der Fliege wahrscheinlich. Schwing, schwing. Mir ist schon wieder mein Bein eingeschlafen. Yay. Na. Hm. Warum nicht? Warum der auch nicht? Komm, geh weg. Alles nicht. Weg damit. Wir gehen auf Nummer sicher. Alles das, was nicht muss, machen wir nicht. Fertig. Jetzt hab ich die beide gleichzeitig um. Uh. Was haben wir hier? Empress. Mäh. Ja, warum? Eigentlich nicht. Puh. Hallo. Danke. Danke, danke, danke. Danke. Vorsicht. Da sind Fliegen. Isaac, Vorsicht. Bleib genau da stehen. Ja. Ja. Nein. Okay. Ich hätte eigentlich lieber was gehabt mit Durchschlagskraft, aber... Man kann ja nicht alles haben, nicht? Hallo. Lassen Sie mich in Ruhe. Danke. Ja, 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 das ist... Ja, putsch. Ja. 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 Halbes Soul hat, also... Immer Batterie oder so. Jetzt wird's lächerlich hier. Mist ja. Genau, greift doch gegenseitig an, was machen Sie? Gut. 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 Das ist auch so ein Blödsinn mit seinen Sensen, ne? Ja. 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 Komm, gib mir noch irgendjemand irgendwas, bitte Oh, da fällt mir grad, oh, da fällt mir was ein, ich brauch gar nichts mehr, ich brauch einfach, gib mir Bomben Ich hab ja noch den, meinen, meinen Raketenwerfer Also, im wahrsten Sinne, werfen Ah Nee, dann mach ich das zuerst, es geht schneller, so I become a Föhn, ey Leute So, und jetzt, 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 jetzt muss ich jetzt mal, äh, so, okay Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Legt euch doch mit mir an Ich will ja nichts sagen, ne? Aber Willkommen im Team Ich hab ja auch schon den, ich hab ja auch schon Holy Metal Kachink Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann Wir fangen dann mal mit The Lost an Doch, das ist bestimmt ganz witzig Bis dahin Bis dahin Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Habt ne schöne Zeit Gehabt euch wohl und Ciao, ciao